ja hier sind die einstellungen hier könnte alles einstellen ja ich zeige euch jetzt wie das aussieht es ist wie bei android l sieht es aus und ja das ist die neue funktion eigentlich von android jetzt sieht man hier und ja das ist eigentlich eine funktion die es nur bei android l gibt und ja eigentlich ganz cool gemacht alles super gemacht kompliment an die an die entwickler und wenn euch das video gefallen hat gibt einen daumen nach oben und abonniert mich ja das war's melkantin ja 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 ja